Feli, du kriegst es anfangen. Okay. Ah, hier. Okay. Die Kamera kommt nicht so näher. Mein Name ist Melika. Mein Name ist Mogina. Ich bin 15 Jahre alt. Ich bin 18. Ich fahre seit 2,5 Jahren Skate. Ich fahre seit 2 Jahren Skateboard. Und ich liebe Skateboard. Ich liebe Skaten über alles. Du hast meinen Satz am Ende geklaut und über alles dazu gesagt. Das ist scheiße. Alles gut. Wir kamen zuerst mit Melika und Mubina ein Sommerprogramm für Kinder in Flüchtlingskampen in Deutschland im Sommer 2016. die noch nicht in der Schule haben. Und wir kamen in und haben dieses Programm, wo die Kinder ihre Weihnachten spenden, machen die deutsche Klasse und auf der anderen Seite haben eine coolen Sommervacation, wo wir ihnen Berlin zeigen können. Sie konnten andere Kinder kennen, sie konnten viele Aktivitäten kennen, aber natürlich haben wir sie alle in Skateboarding zu machen. Und dann gab es Melika und Mubina, die von 1. auf Skateboarding waren so auf den Skateboarden geklaut worden. Mein lieben Skater aus Deutschland ist Denifam. Denifam ist mein Papa. Die erste Mal, dass ich die Nazari-Girls kennengelernt habe, war etwa drei Jahre. Ich will sagen. Die wohnen ja etwas länger als dreieinhalb Jahre jetzt hier und sind dann ziemlich schnell irgendwie über den Skateboard-Verein in die Halle gekommen. Und da habe ich den auch das erste Mal gesehen. Meine erste Impression von ihnen war, dass sie wirklich laut waren. Schrei doch nicht, Mädchen! Runter! Sie waren wirklich das Gegenteil von schrei. Sie waren offen, Kinder, und nach dem Skateboarden geschenkt und zu treffen. Ich glaube, dass ich sie beide zusammengetroffen habe. Es ist schwierig, sie zu übersehen. Man kann sie nicht übersehen, weil sie sind ziemlich wild. Und manchmal worryte ich, weil ich mit all den Skateboarden geschenkt habe. Aber dann denke ich, dass ich vielleicht mehr über die Skateboarden über den Skateboarden bin. Weil sie sind ziemlich wild und sehr selbstverständlich sind. Und ich bin wirklich glücklich darüber. Was macht ihr? Okay, zwei, 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 zwei. Jetzt. Es ist doch nicht so schlimm, wie kann man so schlecht sein. Sie sagt, zwei Stück für sich. Ja. Dann kann er mich nicht sehen. Komm, stell dich! Die Connection war eigentlich irgendwie relativ schnell da, weil die halt so sehr herzlich und lebendig sind. Man kriegt nochmal eine gute Energie, wenn da jemand ist irgendwie, der Lust hat zu skaten mit Herz. Deswegen hat man da ziemlich schnell so eine Sympathie aufgebaut. Also für mich, ich habe die eigentlich die ersten Male gesehen und dann war für mich völlig klar so, die gehören ganz normal mit dazu. Was hast du hier die ganze Zeit? Ihhh. 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 You got up. 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 I will win it. I will win it. Boys is off the topic. It's just skating. Haha. They gotta keep progressing. Die wollten halt jeden Tag, so wie wir das alle eigentlich kennen, nur noch aufs Board. Du denkst an dein Board jeden Tag, du willst das machen, bist glücklich, wenn du auf dein Board stehst. Scheiße. Wie kann das sein? Das wird schon klappen. Nein, das war kacke. Nein. Das war's. 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 This war's. Now Craig. Cyberloger. Or estadunchtet are. Moltenundos. Sieahi. Haben wir aufgeben weiterge PDFs. Unserem. Da haben sie alle neuen orenen lernen. in a couple of months or they have learned some new vocabulary so yeah they've been definitely progressing in a short period of time like no other kids basically imagine that they came only three years ago to a new country and learned a new hobby sport art whatever you want to call skateboarding and in within two years they were not only fluently in German but they were also so good at skateboarding that they now could teach German kids in the same age like standing in front of a group of 20 kids who are native German speakers and teach them their new hobby their new lifestyle yeah that man schon gesehen dass die wie schnell die dann auf einmal gelernt haben also wie schnell es bei denen ging so von daher war es ist es jetzt rückwirkend für mich gar keine frage also ich wundere mich gar nicht dass die dass sie jetzt da sind wo sie sind weil es ging eigentlich irgendwie viel zu schnell und ich habe aber auch irgendwie damit gerechnet also beziehungsweise für mich war es ganz normal dass es so schnell geht man hat es einfach gesehen und gemerkt und gespürt ja also ja weil die einfach mit herz immer dabei sind und als wenn es nichts anderes gibt es ungefähr ja ja Ferit Fertig? Fertig! Ferit 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 Wir sind fertig!